Anson 1, vorrücken und unsere Streitkräfte am Bahnhof unterstützen. Anson 1, rücken Sie umgehend zum Bahnhof vor. Befehl bestätigen, Hartmann. Ja, Kommandant. Anson 1, an Oberkommando gehen jetzt in Position. Anson 1 geht jetzt in Position. Alles klar. Aufbruch. Jawohl, Kommandant. Jetzt, nach rechts. Wir müssen Sie flankieren. Jawohl, Kommandant. Sie scheinen sich schnell zu nähern, Kommandant. Sie beide halten die Augen offen, damit uns das nicht auch passiert. Geschickt bereit. Das sind unsere Leute da drüben. Wir müssen Ihnen helfen. Fenster im Auge behalten. Infanterie auf 12 Uhr. Im Gehfeuer eröffnen. Flusshals gesessen. Durch die Barriere, hier. Wir gefällig das nicht. Sei stark, Hartmann. Nur folg einfach deine Befehle. Befehl. Ich denke, wir sind straßklar. Sieht gut aus. Anton 1, an Oberkommando. Schienen sind frei von Feinden. Gute Arbeit, Anton 1. Wir wussten, Sie keinen Krieger haben. Sie keine Chance. Rücken Sie jetzt auf der Hauptstraße vor und helfen Sie der Infanterie. Sie haben es gehört, Katz. Vorrücken. Jawohl, Kommandant. Panzer zerstört. Gute Arbeit. Vorwärts. Wir müssen die Truppen der Amerikaner ausschalten. Wie stark sind Ihre Verbände? Spielt keine Rolle. Sie sind uns nicht gemacht. Vorrücken und Verteidigungen zerstören. Stemper! Sie fliegt! Sie haben wohl schon einen Tiger gesehen, ne? Sie sind nicht der Kopf. Arz-Hallerie. Anton 1, weichen Sie die Arz-Hallerie-Stellungen aus dem Hauptplatz aus. Nicht wiederhole. Alle Arz-Hallerie-Stellungen müssen zerstört werden. Befehl bestätigen, Hartmann. Jawohl. Oberkommando, Anton 1. Befehl bestätigt. Rücken jetzt zum Ziel vor. Artillerie anvisieren. Wir haben hier eine Menge Gegner, Kommandant. Gnade ist Schwäche. Ich werde meine Mutter stolz machen. Bestätig der Treffer! Artillerie-Stellung zerstört. Jetzt machen wir dasselbe wie der andere. Das müsste die letzte Artillerie-Stellung gewesen sein. Anton 1. Die einzige Panzerdivision versucht, den Platz zu umstellen. Sofort angreifen und abnehmen. Mein Gott, das ist eine Falle! Mein Gott, Schnauze, Hartmann! Kertz, fahren Sie von Deckung zu Deckung. Schröder, Hartmann, ich will, dass jeder Schuss setzt. Was in aller Welt ist das? Keine Ahnung, irgendein Raketenpanzer? Weggen Zettig. Ich bin weg! Ziel getroffen! Das war der letzte. Wir haben's geschafft! Mein Gott, ich kann nicht. Das war verdammt knapp. An alle Partner-Einheiten! Rücken Sie zum Sammelpunkt vor! Attackieren Sie alle feindlichen Einheiten und jagen Sie die Angreifer aus der Stadt! Herz, bringen Sie uns zu dieser Position! Ja, Kommandant! Bekommen Sie zu. Auf geht's! Katz Das ist ein Hinterhalt. Schröder! Diese Bastards sind verrückt. Die haben keine Chance gegen Tiger. Sind wieder einsatzbereit. Kärz! Bringen Sie uns zur Brücke! Was? Was sagt ihr da? Seid ihr verrückt? Wir dürfen den Eingriff nicht abbrechen! Das ist ein Mord. Wir werden alle draufgehen. Seht ihr das denn nicht? Wir werden hier nur sterben! Das sind einfach zu viele! Beruhig dich, Mann! Herrgott, nochmal! Ruhe! Alle! Halten Sie den Mund! Wir sind gleich an der Brücke! Machen wir einfach unsere Arbeit! Ziele ausgeschaltet! Das Team bewegt sich noch! Weiter feuern! Was war das? Werder bestätigt! Ziel zerstört! Gut, Kärz! Legen Sie los! Feindliche Panzer! Alles erledigt! Da sind so viele Herr im Himmel! So viele! Sie haben Panzer! Aber ihr haben ein Tiger! Sie haben noch Phine! Ich bin nur auf der Ballberg-R Violik. Du要st ihn! Ich bin nur auf der Ballberg! Deine Mannschaft! Ich bin nur auf der Ballberg-Bereich! Willst du ihn? Dann spielst du den Mund auf! Also mit einem Barschum! Ich bin nur auf der Ballberg-Bereich! Laufher! Der Ballberg- Universität! Ich bin nur auf. Das war's. Hilfe! Ich glaube nicht, dass jetzt noch was kommt. Fahren Sie weiter, Herr Kerz. Ich glaube nicht, dass jetzt noch was. Wie sieht man das? Unter Bauch! Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020